Liebe Anwesende, wir haben uns heute hier zusammengefunden, um den Feind möglichst radikal und möglichst gewaltvoll über den Jordan zu schicken. Und damit herzlich willkommen bei Titanfall. Weiter geht es mit Titanfall und auf die Fresse. In der Hoffnung, dass es nicht wir sind, die hier auf die Fresse kriegen. Äh, da wollte ich nicht hin. Kletter. Ich bin ja auch doof. Ich muss mal grad mit denen schießen. Hab dich. Na super. Hm, 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 hm. Das sind zwar alles bloß, ähm, KI-Soldaten, aber Feind ist Feind und alles was Feind ist, muss weg. Um nicht zu sagen, muss getötet werden. Weil das wär ja grausam. Und wir wollen ja hier keine Gewalt verherrlichen. Okay, das ist unser Titan. Wie weit ist meiner? Höh, halbe Minute noch. Da läuft einer, da läuft einer. Tschüss. Von wegen der Vorsprung ist klein. Wir haben fast 100 Tickets Vorsprung. Okay, das ist nur ein Frontsoldat. Öh. Weißt du was? Das kann ich auch. Wir verlieren Alpha. Ja, Charlie. Komm her, Baby, und gib dem Affen Zucker. Äh, äh. Da hinten leuchtet es rot. Ist mir jetzt egal, ob mein Titan geht es hier gerade. Und tschüss. Ping. Da läuft er. Wo ist er hin? Da läuft er. Na, ich werd ja nicht. Hat der mich mit dem Titan vorhin zermalmt? Dies hab ich ja noch nie gehabt. Also ich hab's wieder mal geschafft. Noch ist mir das mal passiert, dass ich zermalmt wurde. Ja, Bravo, verlor. Ich werd nicht mehr. Okay, da hinten ist ein Titan. Äh, komm von. Äh, äh, bleib stehen. Bleib stehen. Wir haben Charlie verloren. Meidert halt so. Mist. Verfolgt mich einer. Oh nein. Äh, scheiße. Nicht geschafft, dran zu springen, da. Okay, uah, das wurde eine Nuklearexplosion. Zumindest hat sich das eben verdächtig da noch angehört. Dieses Wuuu. Hab dich. Was macht der denn hier? Wieso ballert denn der so wild durch die Gegend? Bist doch kein Mexikaner. Denk ich mal. Ja. Coole Moves. Und jetzt bringen's zu Ende. Ja, Alter. Oh Gott, oh Gott. Das war ja mal knapp eben. Okay, ähm, stilles Eckchen. Titan. Äh. Weg, 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 weg. Uiuiuiuiuiuiuiuiui. Okay, wir haben ein Einfluss gewollt. Grotasgelang zum Mission erfüllt. Der HLT ist besiegt, aber die Flach geht weiter. Reicht versprengte Einheiten ab, bevor sie entkommen. Äh, äh. Der ist hin. So, äh, wo ist das Ding? Da. In die Richtung. Ach, ich bin ja schon direkt daneben. Ich bin ja vergeistert. Dann nehmen wir mal eine taktisch etwas, äh, bessere Position ein. Irgendwo hier hinten. Und dann, äh, wollen wir doch mal. Nein, 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 nein. Oh, Männo. Die sind ja so gemein. Naja, Sieg ist Sieg. Und meine Fresse, was ist denn das für eine miese Statistik? Naja, egal, Spaß gemacht hat es trotzdem, weil Gewinnen macht Spaß und so. Jedenfalls danke ich fürs Reinschauen, Reinstolpern, Kommentieren, Teilen und Liken. Wir sehen uns auf jeden Fall bei einer weiteren Folge Titanfall. Demnächst irgendwann in ferner, ferner Zukunft und vielen, vielen Monden. Bis dahin, äh, ich verabscheue mich.